Zu dem beliebten 4X-Strategiespiel Endless Base 2 von den Amplitude Studios erscheint bald eine neue Erweiterung, die eine neue Spionage-Fraktion einführen wird, nämlich den Umbral Choir, den Schattenchor. Eben dazu gab es jetzt auch auf Twitch ein Live-Preview, in dem erste Spielmechaniken konkret vorgestellt wurden durch den sympathischen Game-Designer Jahil. Und ich möchte in diesem Video mal ein paar Spielmechaniken und Game-Features vorstellen, was das Hacking anbelangt, denn das ist ja das Kernstück der neuen Erweiterung. Aber zuvor vielleicht die drängendste Frage, nämlich wird die Ambral Choir-Expansion noch dieses Jahr erscheinen? Hm, ich sage mal eher nicht, denn in Kürze im Dezember wird erst die Closed Beta starten und da Amplitude Studios selbst ja sagten, es würde die bisher umfangreichste Erweiterung, welche zu Endless Base 2 erscheinen wird, wird es wohl, hm, ja, wahrscheinlich eher im neuen Jahr 2019 erscheinen. Wobei ich dann, ja, vielleicht doch eher auf den Februar tippe, denn im Januar kommen ja eigentlich nicht so viele Spiele raus, aber gut, das ist jetzt Spekulation. Wie fast immer, wenn ich was zu Endless Base 2 produziere, also Videos, möchte ich darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, an Endless Base 2 kreativ mitzuarbeiten, nämlich auf der Website von Games Together, von den Amplitude Studios ins Leben gerufen, eine Community-Seite und dort kann man zum Beispiel auch abstimmen über Heldennamen, Systemnamen und weitere Features des Spiels und wie jetzt auch in dem Twitch-Video gesagt wurde, findet noch eine, mindestens eine Abstimmung zu Ambral Choir statt, also wer mitmachen möchte, kann sich kostenlos auf Games Together anmelden. So, dann kommen wir aber wirklich zu den Game Features, den neuen, nämlich den Hacking Operations und es wurde dort gezeigt, wie man Systeme hackt, also nicht nur Computersysteme, sondern ganze Sternensysteme des Gegners. Und das läuft in der Scan View, das ist ja eine alternative Darstellung der Galaxie, eine Argumented Reality Darstellung und die wurde zuvor benutzt, um Ressourcen darzustellen oder diplomatische Verbindungen. Und diese wird jetzt durch dieses Hacking-Feature weit sinnvoller genutzt, denn hier kann man quasi das galaktische Netzwerk sehen und gegnerische Systeme hacken mit Hacking-Tools. Die Hacking-Tools, das sind Spionage-Programme, wie sie auch die Geheimdienste aktuell verwenden, die NSA lässt grüßen. Und da sind zum Beispiel Trojaner und Backdoor-Programme, die quasi über die Hintertür bei den Feinden etabliert werden. Und so kann man Feindsysteme belauschen und Fakten und Daten sammeln, wenn es erfolgreich läuft. Im ungünstigen Fall, wenn der Hacking-Angriff detektiert wird, also bemerkt wird und sogar zur Quelle des Angriffs zurückverfolgt wird, also ein Backtracing stattfindet, dann ist man aufgeflogen und ja, das ist dann natürlich weniger gut. Aber das ist ja das Spiel der Geheimdienste. Es kann klappen, muss aber nicht klappen. Ein weiteres Feature ist die Bandbreite. Man kann nur eine begrenzte Zahl von Hacking-Programmen gleichzeitig laufen lassen und das hängt, wie gesagt, von der Bandbreite ab, die oben links als Balken dargestellt wird. Weiterhin hängt die Geschwindigkeit der Hacking-Attacken von der Entfernung ab und es ergeben sich dadurch spannende Szenarien. Zum Beispiel kann ich meinen Hack etablieren, bevor ich zurückverfolgt wurde und auffliege. Das ist quasi ein Spionage-Thriller in einem Strategiespiel. Ein weiteres Game-Feature wird sein Sleepers, also Schläfer. Es wird die Möglichkeit geben, Schläfer in fremde Systeme einzuschleusen und so feindliche Systeme zu beeinflussen, etwa die Politik, die Staatsform oder auch Sabotage zu betreiben. Je mehr Schläfer man erfolgreich etablieren konnte, desto mehr Boni bekommt man in Form von Ressourcen. Dazu gibt es auch eine Anzeige oben links und es gibt Schwellenwerte von 5, 10 und 20, ein Income-Boost, der jeweils gesteigert wird, wenn man diese Schwellenwerte erreicht oder überschreitet. Natürlich wurden während des Livestreams auch ein paar Fragen beantwortet der Zuschauer und eine Frage war zum Beispiel, werden nur die Umbral Choir hacken können? Und das wurde klar mit einem Nein beantwortet. Alle Fraktionen, alle bisherigen Fraktionen können auch hacken. Doch die Umbral Choir oder der Umbral Choir wird natürlich gewisse Vorteile besitzen, denn es ist ja schließlich eine Spionagefraktion und das wird sich wohl in der Form von speziellen Faction Traits, also Faktionseigenschaften, widerspiegeln. Eine eher speziellere Frage war, wird man auch die Wodiani hacken können? Eine spezielle Fraktion, die eigentlich keine festen Systeme besitzt, wird also nur über Archen verfügt und auch die Wodiani werden laut Aussage von Amplitude Studios hackbar sein, wenn sie ihre Archen wohl vor Anker liegen haben und dann nicht stationär sind. Im Übrigen werden keine mobilen Flotten hackbar sein, das wurde auch verneint. Die Miner Factions und die Piratenfraktionen, die werden ebenfalls hackbar sein. Eine andere Frage lautete, wie kann man sich vor Hacking-Attacken schützen und dazu gibt es die schon angesprochenen Abwehrprogramme und Firewalls, die man etablieren kann. Auf der offensiven Seite wird es Backdoor-Programme geben und Beschleunigerprogramme und wenn man eine solche Backdoor, eine Hintertür in einem System etabliert hat, kann man den Feind regelrecht belauschen. Das geht so lange gut, bis man erwischt wird und der Hack aufgeflogen ist. Und das gilt es natürlich zu verhindern, indem man seine Programme verschlüsselt und tarnt. Viele Hacking-Features werden auch über den Tech-Tree, das ist ja im Falle von Endless Base 2 ein vernetztes Kreisgebilde, freischaltbar sein. Und so werden nicht alle Hightech-Hacking-Methoden gleich zu Beginn zur Verfügung stehen. Aber das ist ja auch Sinn eines Tech-Trees, dass man Sachen erst erforschen muss. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Hacking-Spiel ein Spiel im Spiel sein wird und interessante Varianten und Ansätze bieten wird. Und man wird auch ohne Ruhe Gewalt den Feinden erheblich schaden können und politische Umstürze und fremde Regierungen stürzen können, wenn es klappt. Also ich finde, das ist alles ein sehr interessanter Ansatz und macht durchaus Sinn, weil es sich sehr gut in das Spiel Endless Base einfügen wird, soweit ich das beurteilen kann. Also ich bin gespannt. Und falls es noch wichtige Informationen zu Umberle Choir geben wird vor dem Release, ich nehme es schon an, zum Beispiel zu der Fraktion selber. Wie wird sie sein? Dann werde ich mich natürlich wieder melden und ein paar Features eventuell lüften können. Dann sage ich mal bis dahin, danke fürs Zusehen, der Argonaut, man sieht sich.